Ich zeige mal, du? Ja, bitte. Ich fand, ich dachte, du wachst zu viel, oder was? Ja. Du wachst zu viel. Ja, ich habe mich kurz zu viel. Der wird der Richtige. Ja, du wachst auch dafür. Ja, du wachst auch dafür zu Hause. Wieso? Ich war auch in der Nacht. Ich weiß nicht, ich bin mir zu viel. Ja, ich bin nicht nervös. Ja, ich bin nicht nervös. Aber der wird der Richtige. Der wird auch gut. Ja, er wird ein Kickoff schon. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich wollte mal an die Geschwärterung. Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Wunschhhh. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Wer hat die Masse gemacht? Wer denkt der? Ich hab hier rum. Ich hab ja auch die Husten gehört. Da spielt's eh nix. Ich hab's schon geschaut. Ein Film. Nur Scheiße. Da spielt 50er. Erste D.A. Saison. Mit dem Settler. Da spielt's nichts. Da spielt's nichts. Es ist nur Blödsinn. Es ist nur ein Dreck. Das Programm mit euch immer schlecht. Ja. Das spielt Bier oder so. Es spielt Scheiße. Du hast aber Kabelfernsehen. Die Spätstuhl. Das sind ja 19, oder? Das schon. Die Spätstuhl. 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 Der Preis. Das ist mehr dabei. Das ist bei mir, dass die Hand fängt sich auch für uns zu sehen. Schau, möchtest du mehr? Willst du telefonieren? Wir telefonieren schon, aber sonst machen wir es. Im Internet auch nicht. Sonst würde ich hinter sich kommen, oder? Nein. Nicht schon mehr. Okay, dein Kutter, hast du noch wieviel Gigabyte? Ah, genug Kilometer. Ja, ja, das ist schon. Aber wie gesagt, das ist nur 3 Gigabyte, oder? Wenn du jetzt wenigstens schaust, dann hast du nicht mehr. Ich muss nicht mehr auskommen. 25, 65. Boah, dann hast du noch wieviel, oder? Ich habe 5, aber ich habe auch genug, aber wir haben noch nicht. Hier kommt es schon. Hier sind drei, drei, vier, 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 vier. Das ist aber gut, das ist ja nicht wirklich. Schau, das ist nicht wirklich. Schau, das ist nicht wirklich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, doch. Ja, ja, doch. Ah, aber heute ist schon der Mai 21. Ja, ja. Nichts, nicht auch. 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 Ich habe noch nicht gehört, dass wir die Station Wien-Handelski, SKU 6.